Juch, hallo ihr Lieben, der liebe Heiko ist wieder da. Diesmal mal wieder auf Youtube nach langer Zeit, ihr seht worum es geht, vorstellen brauche ich die nicht mehr, und wir versuchen das Video nicht so lange zu machen, so 20 Minuten vielleicht, wenn es umkommt, ich schau mal, ja, haben natürlich schon was gekauft, das gehört uns, die drei Sachen, gucken wir doch gleich mal rüber, ne, dann gucken wir doch gleich mal rüber, was das ist. Natürlich ein leeres Feld. Muss gepflicht werden, ich fass es nicht, ob das andere Feld, wir gucken uns das mal in der Ruhe an hier. Das ist krass drauf, hier ist so eine schöne Baume. Warte, drüben. Oder krass? Ja, was solls? Ach, Verzeihung Leute. So, das holen wir uns noch mit zu. Was solls? Gut, dann würde ich mal sagen. Gucken wir mal die Fahrzeuge an, was wir haben. Da müssen wir uns jetzt mal schauen. Ich würde schon mal schauen, was wir haben. Wo wir was haben hier? Gabel? Korruptus? Philippus? Guck mal einfach mal hier, ob wir was... Garagee... Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Nein! Ich möchte nicht einfach, ich möchte jetzt mal einen Kopf! Tja, was ist denn immer da? Immer nötens. 2,5. Und 4 Meter. Den kaufen wir doch noch. Das ist korall. Vielen Dank. Ja, wir gucken mal, wo die stehen hier, die ich trage, da war. So, weit reichen mit Gewicht ist immer gut. So, ab geht die Lutze. So, wir haben ja ganz was vergessen hier. So, wie ihr da seht, dass er alles seine Richtigkeit hat. So. 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 So, das machen wir halt noch mal zu mir. Doppelt. 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 Ich denke, der Führer war schön, dass es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020